Nachdem ich im letzten Jahr diese schweineteuren aber auch ziemlich coolen Laufräder von Envy ausprobieren könnte, an meinem alten Rennrad, drehe ich in diesem Jahr mal den Spieß um und stelle mir mal die Frage, wie viel Geld muss man überhaupt ausgeben, um vernünftig Rennrad fahren zu können. Dafür habe ich diese beiden Kollegen hier von FunWorks. Ist ein Laufradsatz, wiegt keine 1500 Gramm, kostet aber auch keine 500 Euro. Also eine ziemlich smarte Alternative, wie mir scheint. Sie sind natürlich nicht aus Carbon, sondern aus Aluminium, also mit Aluminiumfelgen und ich finde aber ansonsten sehen die echt schon mal ganz schick aus. Die baue ich jetzt mal ein und dann bin ich sehr gespannt, wie sie in meiner alten Rubel fährt. Ich bin ein und dann auch ein und dann bin ich am nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020